ja ich muss nur das Blut finden sie sie habe ich noch nicht überreden also da ging es sich weiter und hier heute nicht ach stimmt das hat schon so ist die drei kann ich auf jeden Fall schon mal zurückbringen gleich äh ich glaube ich musste auch die beiden Lof ja weil da krieg ich ja das Blut das muss ich aus Abfluss rausholen ach scheiße ich glaube ich war da eben schon fuck schimpel 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 B ja, das weiß ich nicht mehr wo ich lang bin hier glaube ich nicht Alter, hab ich eingangs, da war der meinigte diese Pilze die gab's da ja meinig die pädophilen Pilze oh jes o Nein, eigentlich nicht. Darum Haupthandel. Was, nach der leeren Flasche laut Dado? Aus einer Frustration. Vergiss es, nein. Da geh ich's nicht nur mal mit. Moment mal, ich muss gerade ganz kurz weg. So, da bin ich wieder, wo sie mal eben auf Toilette. Äh, ja. Muss ein bisschen mehr auf. Ja, halt drauf. Fail, ähm. Oh, ey. Das habe ich schon. Spezielles Turm in die Gruppe, ja. Ja, das ist das da. Also wie gesagt, das Blut, das könnte man eigentlich locker kriegen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Das ist das Problem. Wohn- und Folterräume. Äh. Ja. Und, diese Blume, die sollte man irgendwo im Altar raum kriegen. Muss ich mal gucken. Sofern das im Blume ist. Also, keine Ahnung. Das Zeug, was diesen Lambda-Effekt beiträgt, meine ich. Ich meine, das ist es. Hab ich noch so im Kopf. So eben gelesen zu haben. So. Äh. Ich weiß nämlich noch, dank dem guten Herrn Langeweile-LP, wie das Zeug aussah. Boah. Da stellte mir die Tür auf. Schock-Moment. Aua. Ja. Die scheint hier nur vorbei zu sein. Äh. Pfff. Opfel. Geht auch da. Du Schadensbrot. Pfff. 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 Ja, ich bin jetzt ein bisschen, äh, ja, mehr am Verteilen, sagen wir es so, von den, äh, Dingsens. Äh, mit Hinterboxen. als sonst auch mit dem Öl und ah das kenne ich noch was was zur Hölle no way ich hoffe mal ihr habt gerade gesehen wo ich stand wo der Zombie stand was habt ihr für Clown warte 3 3 Meter Dinger oder was kloppt dich einmal über den gesamten Raum pfft tot auch schluss dort wo ist es nicht ich bin im Gefängnis die Dinger sperren mich ein die Dinger die Dinger Hohen die Dinger Hohen Du sprachst über die Redemption, wie du mit den ganzen Schäden würdest und zu retten unsere Arbeit und ich. Ich werde dir eine andere Chance für dich zu retten. Du kannst hier warten und stoppen die Schäden. Danke, Freund. Bin ich grün und schreiwütend? Die Wand ist eingestürzt. Auch nicht, glaube ich, ich werde drüber. Ich finde es krass gemütlich. Ich will nicht. I don't fucking want to go out. Ähm. Alter. Touch. Teabag. Nein, das ist krack. Ich habe jetzt mal immer, wie der Typ gestaubt hat. Ne. Blabla. Nein. Okay, noch da. Willst du noch einmal? Alles nur Hund. Der der gewählt hat oder so. Ne Eule. Oh, krass. Wie gespannt, was da rauskommt. Wasser. Oh, krass. Oh, krass. Werest du sitzt? Wer ist bitte? Er gewartet? Wer dasector? Wer ist das trochę? Wer ist das Omega? wo ich so seitdem ich raus Scheiße! Ich wüsste, was scheiß du? Oh mein Gott! Oh mein, fuck! Scheiße, komm schnell! Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was war das? Lauf! 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 Wobei ich trotzdem wissen will, was sie sehen... Ah Moment! Nein 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 nein! bevor es jetzt nicht ausgeht und so was geht ich da doch lieber raus schwingt nicht die Hüfte aus bellen aber was war das? ich hatte so Rutzstrahl gesagt war kein Monster so funk äh Zelle Rügel kann man dir doch mal etwas dran tun äh ich war aber wieder zu neugierig heute Nacht während wir die Macht der Google entfesseln endlich den Schatten der mich verfolgt verbrannt ich will das nicht hören ich will das nicht hören oh Gott ich fühle mich wie er herkommt ich habe mehr Angst um mein Leben als hier zuvor äh der Rettung abgestochen wir nahmen die Kurzschuld gegner hin unser Besuch war unerwartet und Alexander Schaftes hat sich über ihn zu schlagen ohne dass die anderen mitbekommen weiter er hat dagegen um sich um die Steinbrüche zu kümmern sucht dich nach den Kindern ey du assiger ist die Killerruhe wie scheiß du jetzt ist wir wollten das wir sollten jetzt mehr als junge Gefangene haben um das Ritual zu melden du bist krank Junge einfach nur krank zu viel geschluckt zwei hat drauf gehört und er konnte ein Flüstern aus der Zelle hören sie führten etwas im Schild und er musste sie bestrafen kutsch kutsch hol die Peitsche aus die siebenschwänzige Peitsche jetzt ist das ikke ich bin trotzdem lichter aber klar das Spiel bilderwärtig und schwarz ist die könnte sich bewegen Alter ich hab die extra alle vorher gemacht Schokobötchen alle weg was hab ich da gehört Aua ein ein Russens Labor ich weiß auf jeden Fall schon mal sie Blut gibt so war wir hoch das hätte schon leicht warum den Knochen zählen Alter, wofür ist die Knochen trotzdem mir fehlt noch was irgendwas hätte es öfter ist das Klinik ist ziemlich weich sollte einfach zu öffnen sein äh ein 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 es ist das das ist wo vor ja 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 vielleicht da die Kastler was auch nur jetzt ja ok ist das eklig ja und jetzt brauche ich nur dieses letzte Ding aber ich weiß nicht wie ich das mitnehmen kann was ist der Deckel draufgeschraubt oder was? was ist der Lausch? 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 das war doch auf der Seite das war doch auf der Seite Aua! Unnötig ach so ist klar er schlägt damit schon mit dem Hammer auf ne Blume ein wer haut mit dem Hammer auf ne Pflanze? wer haut mit dem Hammer auf ne Pflanze? sind die total blöde, Leute na ehrlich eh das hat er beendet oh, macht das eklig da ich 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 du